Musik Mitten im Greichgau mit besten Anbindungen an Heidelberg, Karlsruhe und Mannheim liegt der großzügig angelegte Bellmobilpark Bad Schönborn. Die Familie Köder, ihre freundlichen und netten Gastgeber, bieten allen Gästen Qualität mit Herz. Ganzjährig geöffnet warten 86 parzellierte Stellplätze auf die Reisemobilisten. Neben der Rezeption findet jeder Anreisende eine aktuelle Infotafel mit Überblick über die aktuelle Belegung. Egal ob groß oder klein, jedes Gefährt findet hier bequem Platz. Geschatterte und geteerte Fahrwege umgeben von grünen Inseln und eine perfekte Infrastruktur lassen keine Wünsche offen. Moderne Fähr- und Entsorgung, Gasflaschentausch sowie ein perfekter Elektro-Fahrradverleih und Verkauf und natürlich Wellnesspur bietet der Stellplatz in unmittelbarer Nähe zum Thermarium. Modernste Kur- und Wellness-Einrichtungen erwarten den Gast. Gleichzeitig bietet Bad Schönborn aber auch zahlreiche touristische und sportliche Leckerbissen. Ein Platz zum Wohlfühlen. Musik 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 Musik